Ich verspreche euch, dass ich nicht sterben werde. Ich stebe natürlich nicht für immer. Mal länger als hier. Wer denn, den hast du mir keine Ahnung. Das durchschnittliche Höchstalter von Mukoviszidose-Patienten beträgt 29 Jahre. Das muss ich dir ja wohl nicht sagen. Und da liegst du schon drüber. Mir geht's doch gut. Ja, noch. Vielleicht musst du doch bald über eine Transplantation zumindest nachdenken. Ich will das auf keinen Fall. Ich hab doch Sie. Was soll mir da schon passieren? Ob Sie wissen, wie es um Sie steht? Nicht immer weiß man alles. Aber oft genug spürt man es. Ich hab es nicht unpresen. Ich hab Angst. 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 Es ist nicht wie ich, dass sie eine Art. Vielen Dank.